Was passiert, wenn man in der Schelle 10 Sternchen einen gibt? A. Es erklingt eine Toilettenspülung. B. Alle Dateien im aktuellen Verzeichnis werden gelöscht. Flasch 10. Es werden Zahlen ausgegeben. A. Welche Funktionalität für die Oberfläche gibt es wirklich? A. Auswechselbare Design. B. Notierung auf Flasch 10. Integration der Spiele 8-Win-Win und Server-Found. B. Notierung auf Flasch 10. B. Notierung auf Flasch 10. B. Notierung auf Flasch 10.